Hallo, ich bin Marcel, ich bin hier im Gran Turismo und lösen wir die Tagesticket ein. Da haben wir noch ein paar zusätzliche freigeschalten. Jetzt müssen wir das hier einlösen. Mal vom ersten 11. Was ist das für ein Geschenk? Echt? 10000. 5000. Das ist leider nicht so viel. Fries, nehmen wir auch gerne. Wir dürfen den 2. auf die einlösen. 1. auf die einlösen. Ist das eine halbe Million? 50 000. 50 000. Den nehmen wir auch gerne. Den 3. 11. 5. 5000. Minimum leider noch mal. Sogar 10.000. Ok, ich habe schon gesteigert. Der 4. hat ihn leider verpasst. Dann machen wir den 5. Da hätten wir schon. Die Nissan GoBow, oh schade ich 5.000 haben wir. Schade. Donnerverrückt. Dann machen wir Schluss. Dann mache ich hier den 7.11. Ein paar Motorteile machen wir gerne. Neuer Tuningteil, neuer Motor für den Nissan. GTR Nismo 10. Wir haben schon mal gesprucht. Achten auf die Einlösen. Ah, ein Ferrari Ticket. Ich glaube den haben wir sicher schon. Den 9.11. Auf den. Stopp. Nein, noch keine Welle, schade. Nicht so. Ich fahre einfach für einen Mazda. Roaster. Ok. Dann machen wir hier den 10.11. Auf den. Kolben. Bus. Titan, Bleistange und Kolben. Dann machen wir hier den 11.12. Äh, 11.11. Sorry. Fahrgastanfang. 10.000 nehmen wir auch gerne. Jo, 10.000. 12.11. Auf den. Soto ist cool. Stopp, 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 stopp. Nein. Hatterig. Ja, wir können sie brauchen. Verstehbarer Sport. Aufhängig. Toyota. GR, Rupel, Supra. AZ, 19. 13.11. Auf den. Einlösen. Ja, wohl ein Auto. Oh, cooler Aldi. Ich glaube, da geht noch nicht. Ich glaube, da geht noch nicht. Nein. Ja, da geht noch nicht. Ich würde es sehr gerne. 2.11. Dann machen wir den 14. auf den. Dann machen wir den 14. Mhm, wie ist das? 24, genau. Eine halbe Million, ich guck. Sehr gerne. Oh, dann machen wir gleich den 15. auf den Top, ja gut, 10'000 haben wir auch, sogar 10'000, nein, 10'000, auch 16. auf den Ok, paar noch, paar Fahne, ich glaube die haben wir auch schon, doch 17. auf den 8. er gues 1 auf den Top, 119 mm, 18, 11 Oh, alles ist immer gut. Stopp! 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 Alter, 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 Alter! Nein, schade, 1-2-5.000-Kreide, können wir auch gerne. Jetzt machen wir den 19.11. Oh, so ist das schon cool. Stopp! Stopp! Oh, Mazda, geil, das ist aber cool. Das ist immer noch cool. Sky, Assa, Altenza, Gruppe 4. Oh, sehr geil. Zusammenstufe machen. Der 20.11. Der 20.11. Und das ist schwer. Okay, das hat unser Kleid. Die 20.11. 10.000 Kleids Wohl gerne 21.000 Äh 22.000 Sorry Oh 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 Super Oh der andere war noch cool Da haben wir die Kopfschau Mal komm 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 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ok 23.000 3.000 3.000 1.000 Halbzzo настоящ 1.000 2.000 12.000 Also Stop Ja, gut, gerne. Ja, gut, gerne. Ja, die 90-90-Kreiz. Ja, die 90-90-Kreiz. Nehmen wir auch gerne. 25.11. Nicht schnell, ja genau. 2 wäre noch gut gewesen. 10-90-Kreiz. Nehmen wir auch gerne entgegen. 26.12. Stop. Nein. Ja, 10'000-Kreiz. Haben wir auch gerne. 27.11. Guck mal, er steht absolut. Ah. Ist das riesig. 28.11. Guck mal, er steht absolut. Ist das riesig. 28.11. 28.12. 30.12. 30.12. Das ist riesig. 30.12. Entsicht. 30.12. Da haben wir von nie eine 20.11. Das Ticket, das wir hier haben. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 32.14. Oh, das ist aber ein cooles Auto. Geil, auch. Den würde ich sehr gerne. Wärmwagen, Vision, Gran Turismo, Hybrid, Auto, Mittelmotor. Okay, den würde ich sehr gerne. Einmal kommt davon. Dies ist der Aufstieg. Ja, 5000 Minimum. Ja, und nein. Nehmen wir zwar die Enderisgeste. Äh, die. Noch nicht. Nehmen wir hier oben noch die Sander. Die Katze, die wir hier haben. Die müssen immer nicht Sander gestehen. Auf, das ist noch etwas. Die Band. Oh, das ist gut. Nein, ich kann noch 4 Reiter. Nein. Ja. Eine halbe Million, glaube ich. Ah nein, nur 100.000. Also ja. Nehmen wir da das 27 Gestalt auf, wenn wir noch etwas haben. Und noch einen guten Motor. Nehmen wir auch gerne. Nehmen wir da. Nehmen wir auch noch einen Busig. Nehmen wir den Vorschlag. Nehmen wir jetzt für den Abschlag. Nehmen wir den Fiffen, der letzte Seite. Nehmen wir den Fiffen, der letzte Seite. Dann tun wir noch die Speziellen, aber die dürfen wir noch nicht. Das ist vom 2.11. Hier noch die Kleidstickette, die wir auch noch einlösen. Die haben wir auch noch vom 2.12. einlösen. Oh, zu 100.000 bis zum 19.11. Aber auch gerne. Nein, hier noch vom 19.11. 150.000 Kreids. Dann haben wir vom 23.11. auch noch einlösen. Dann haben wir vom 23.12. noch 150.000 Kreids. Vom 23.12. noch eine halbe Million, was es noch gibt. Dann haben wir das sehr, sehr gerne. Dann nehmen wir hier die Kleidstickette vom 3.11. Dann werden wir auch gleich einlösen. Oh, sonst ist es nicht zu spät. Oder gibt es Zeit noch von bis zum 2. 1.12. Du Scheiss. 100.000? Dann nehmen wir auch gerne. Ja, hier vom 12.11. noch einlösen. Tiri package. Bei euch haben wir das somit und nicht, muss ich aber mal inspirieren. Nein? Wie sehr gerne? Mit Nebenventionen? Bei ihm sind alles bei uns noch nicht. Ich hoffe es hat euch gefallen. Tippt mir Lächeln, lasst uns aber hier. Tschüss, zusammen!